Mit allem, was ich auch tue, Problemen und mein bester Traum Ich lerne von dir und du von mir Pokémon! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer! Wir haben heute Samstag, den 26. Mai 2018 Und hinter mir befindet sich der Japan-Tag 2018 Apple World Pictures hat sich letzte Woche aufgelöst Deshalb möchte ich heute den Fans, die hier noch rumlaufen die Möglichkeit geben, sich einmal zu verabschieden aufgelistet. So, have a good life Have a good life Have a good life So, have a good life So, have a good life Have a good life Have a good life Wir sagen Dankeschön für diese wundervollen Jahre Und jetzt noch ein allerletztes Mal Bist du ne Bitch Und keine Ohren Abonniere Apple World Vielen Dank Vielen Dank Even if you ain't got a lot Even if you ain't got a lot Be thankful for them things that you have got Don't you know Don't you know, don't be late Don't you know, don't be late Or you're missing shot So, you shouldn't wait So have a good life, have a good life, so have a good life, have a good life, we're gonna celebrate a night, we're gonna celebrate a night, we're gonna celebrate a night, we're gonna celebrate a night. welches schon seit einigen Jahren in meiner Wohnung verstaubt und heute ganz viele Leute umarmt hat, könnt ihr gewinnen. Und zwar, was müsst ihr dafür tun? Schreibt mir doch einen Kommentar. Was fällt euch zu Apple Watch Pictures ein? Habt ihr vielleicht eine persönliche Geschichte, die ihr mit Apple Watch verbindet? Ich werde mir von diesen Kommentaren irgendeinen raussuchen, euch kontaktieren und ja, dann werde ich euch die Kisten per Post schicken. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonntet meinen scheiß Kanal. Denkt daran, die scheiß Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Haut raus! Vergesst einfach den ganzen Dreck, den man sich über uns erzählt. Wir sind Helden, wir sind Diebe. Angeklagt wegen Hochverrat. An einer Idee, die seit Jahren tot ist. Und die man längst beerdigt hat. Wir sind Helden, wir sind Diebe. Wir leben so, wie es grad kommt. Und wenn wir an etwas glauben, und die Bevölkerung ist so, wie es geht, und wir sind die Leute los. Wow!